ok also ich würde sagen dass ich die schwierigkeit erstmal wieder zurück drehen und auf mittel das reicht mir nämlich hier alle in denkung es kommt jemand was machen wir jetzt was ist das ihr wie seid ihr hierher gekommen wir sind euch gefolgt warum seid ihr nicht mit uns gekommen loki er versucht uns zu täuschen unser auftrag ist zu wichtig als dass wir fremden trauen könnten welcher auftrag bevor garrensis nach norden ging gelang es loki tor zu täuschen und seinen hammer zu vernichten ja und wir wurden beauftragt einer neuen zu schmieden ich muss den stil aus einem stück pfahlwurzel machen hat den hammer kopf wir sollen uns treffen am tor und wenn tor seinen hammer wieder hat wird er das tor versiegeln wir müssen das tor umgehen für einen kampf ist der gegner zu stark schiff 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 Und schon ist vorbei. Schon ist vorbei. Wir müssen das Tor umgehen. Für einen Kampf ist der Gegner zu stark. Wir müssen das Tor umgehen. er kommt hier mit mit zauber aus ägypten und da die auch einheiten aus ja 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 Die Valkyrie ist gleich da an. das war so gleich die einheit die heilen kann die geht gleich drauf das Das war's für heute. 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 Also, ich muss sagen, ich hatte es mit diesem Drachen, ehrlich gesagt, nur nie zu tun. Das war's für heute. 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 Und das war's für heute. So, und das war's für heute. schließt sich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.